jo freunde was geht da mein name ist ja gut willkommen auf meinem kanal freunde ja heute gibt es mal eine fooddraft challenge ich habe letzte woche dienstag für 20 euro schön aufgeladen ja ich habe die ganze zeit offline fooddraft gespielt wegen packs und so weiter und so fort und ja meine kamera war auch nebenbei an ja ich dachte mir so jetzt habe ich noch 190 wer weiß vielleicht auch die 191 damit ich auch ein video habe dass ich dann später das hochladen kann ja es ist was passiert und zwar wir haben die 191 geschafft ja in deutschland sind wir die ersten glaube ich glaube in england oder in amerika oder so ich weiß wo der andere youtuber der hat glaube ich mal 191 geschafft also falls ich mich täusche oder falls es anders ist könnt ihr gerne unter den kommentaren schreiben ich habe niemanden gesehen ja von der deutschen szene so ja ich habe dann halt meine community die ganze zeit im stream zwei dreimal auch auf instagram soll ich das video hochladen oder nicht weil es ist halt so man muss auch ehrlich sein ich bin kein typ der fooddraft challenges hochlädt aber die meinten dann zu mir ist ja gut das ist was krasses du hast 191 geschafft ja falls ihr das krass findet ich habe das unten in den kommentaren ansonsten like das video lasst uns wieder mal die 1000 likes knacken ich bin auch ehrlich zu euch zurzeit unterstütze ich mich halt krass im stream auch im video wenn ich sage ey lasst uns mal die 1000 likes machen wir schaffen das easy und im stream seid ihr auch sehr sehr aktiv dankeschön jungs und medis kurs geht raus grüße gehen raus an meine mods muss noch meine vips natürlich die im stream immer wieder dabei sind und gönnt euch das video jetzt mal let's go also online drafts let's go noch 15.000 münzen natürlich habe ich paar points hier aufgeladen wegen fooddraft so gehen wir mal ab bei der fifa points wie viel 24 23 14 12 14 33 defensiv nehmen wir heute mal mit ja mit flügel schmeckt schon also unser erst spieler ja schon heftig wenn wir eine sida haben oder so oder so so kratz ist oder so jawohl 96 sie dann immer natürlich mit so rechts außen figo wenn ich verkehrt der kommt immer wieder so tala figos am stadt und leonel messi messi nehmen wir mit so stürmer wie haben wir denn da ja agüero nehmen wir dann agüero mit wegen rating passt aber auch zu agitieren messi und sonne passt auf jeden fall das hat das hasse ich voll wenig fooddraft challenge stellen machen da kommt einfach so eine eklige nonrash spieler jo alles klar die gar so z dm hat aber hier lädt es die ganze zeit ne so aber kante schmeckt 90er kante wenn man mitnehmen auf jeden fall so weiter geht's und als nächstes pt haben wir hier am stadt gab du so natürlich nehmen wir hier 90 pt mit ja wegen rating franzose passt auch perfekt eigentlich bis jetzt so dann wechseln wir kurz noch die spieler an dem muss auch glaube ich in die mitte gleich kommen aber wir gucken mal erstmal wir machen mal weiter so links verteidiger ja ist schwer aber wir müssen leider die wir müssen leider erstmal 87 horde alba nehmen höchste rating zählt erstmal ne wir wollen ja 191 schaffen jungs so kante pt da ja so ist okay erstmal wir müssen einfach hoffen dass wir gut innenverteidiger kriegen und glick naja jetzt solche spieler aber wir müssen hier acerbi mitnehmen winken höchste rating 83 rating wir müssen einfach ihn mitnehmen jungs ja so rechtsverteidiger und gibt mir was schönes bro gibt mir was schönes dicker alt 79er kloster man hat das so innenverteidiger oder muss los sei bruder einfach der silberspieler so handanovic ederson alison alison nehme ich mit erst mal glaube ich verlege gerade ja alison alison wegen fandike jungs ja wenn ich fandike kriege würde ich schon auf jeden fall schmecken so weiter geht's ja 91er objekt ist am stark höchste rating natürlich müssen wir einfach mal mitnehmen so komm jetzt was schön ist egal jetzt mal quid ja wir müssen mal gucken wie wir ihn da nehmen können ich nehme ihn erstmal mit ja bringt auch nichts so weiter geht's komm mal alter gib mal was geiles alter wir brauchen unsere abwärtskatastrophe hier pogba das silva ja silva würde schon schmecken mit kanti vielleicht ja ansonsten komm mal kurz zu silva mit kanti ja jetzt haben wir 81 chemie 88 bewertung so weiter geht's komm gib mir was schönes jawoll harry kane haben wir hier am start 91er harry kane nehmen wir natürlich mit tauschen bringt nichts so weiter geht's wir brauchen 2-3 krasse spieler let's go eden hazard haben wir hier 92er hazard der könnte auch eigentlich spielen also diese non-rash da haben wir so non-rash der passt überhaupt nicht der geht erstmal raus so 88 bewertung 77 chemie was das für ein defensive jungs alter so gib mal was geiles jawoll alter van dyke da haben wir es doch alter 91er van dyke nehmen wir natürlich mit und tauschen erstmal mit ja ihm hier silberspieler muss hier auf jeden fall raus so weiter geht's komm geil was geiles komm digga jawoll java hall passt perfekt ja den nehmen wir mit und wir müssen einfach hoffen jungs dass wir wirklich ramos ziehen ja wenn wir ramos ziehen dann hat er perfekt linked also das dann hat er einen link auf jeden fall mit sergio ramos und habal ey 90er bewertung 86 chemie komm digga ja von von müssen wir mitnehmen und wir müssen glaube ich auch mit eden hazard dann tauschen aber gucken wir mal gucken wir mal danach mit eden hazard tauschen muss ich mal gucken so weiter geht's jawoll alter sergio ramos ist auch da da kommt er auch so 95 chemie 90 digga 90er bewertung wir müssen da die 91 knacken irgendwie also was uns fehlt bank fehlt eigentlich nur noch wir müssen zwei drei krasse spieler ziehen dann haben wir 100 prozent 191 da ziehen wir neymar da ziehen wir noch neymar walker würde nicht passen ein walker würde nicht passen wir müssen neymar glaube ich nehmen wegen bewertung einfach also chemie technischer würde schon passen ich glaube wenn ich manager kriege da hätten wir schon 190 save aber neymar nehme ich mit wir tauschen mal kurz so 90 bewertungen 95 chemie wir brauchen zwei krasse spieler jungs zwei krasse spieler einfach und mann 88 ich weiß ob es reichen wird so mann tauschen wir mal auch reicht immer noch nicht wir müssen ey wir brauchen noch einen spieler aber wir tauschen mal guck mal wie tauschen mal die plätze zack 2 90er neymar dann kommt eine 90er oblak oder kane oder kane erstmal wegen inform und oblak ist immer noch 90 dann muss kante mit son immer noch 90 ey wir brauchen noch einen spieler wenn wir noch einen spieler kriegen wir haben salah wir haben salah 90 90 90 wir haben jetzt 91 91 warte mal son mit kante tauscht sané warte mal son mit kante dann mann son mit mann eh perfekt und manager brauchen wir eigentlich noch aber wir müssen mal gucken wie können wir das machen wenn ich aber mann eh mit hasard tausche würde das klappen weiß es nicht weiß es nicht gleich ähm weiß es nicht mann eh son doch son mit son ok es passt son mit links hier perfekt so wir brauchen jetzt nur noch manager und da haben wir den sidan und wir haben 191 footdraft jungs alter zum ersten mal hier 191 footdraft sidan messi van dijk und da haben wir es 191 footdraft jungs geil alter ich spiele footdraft ey das ist krass so also nochmal jungs 191 footdraft wir haben auf jeden fall richtig glück gehabt alle spieler fast über 90 außer manee krass alter ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja die daumen nach oben ja wir haben die 191 footdraft challenge geknackt falls ein anderer das geknackt hat könnt ihr gerne unter den kommentaren schreiben also ich zumindest habe noch niemanden gesehen wie gesagt außer der engländer oder amerikaner keine ahnung wie der typ auf YouTube heißt ja hab voll vergessen er hat auf jeden fall 191 geschafft das weiß ich das haben ja auch andere leute gesagt also in deutschland glaube ich das keiner geschafft wenn ich mich täusche es tut mir leid ihr könnt gerne unter den kommentaren schreiben wir können ihn auch verlinken unter den video schreiben ist gar kein problem also ich würde mich ganz genau freuen wenn du mal ein like da lassen würdest vielleicht schaffen wie gesagt die tausend likes und falls du nicht abonniert hast kannst du gerne auch tun falls ihr auf Instagram noch nicht folgt könnt ihr es auch gerne tun ich werde es nochmal hier einblenden jungs ja also ich würde mich freuen wenn ihr folgt manchmal kriegt ihr auf YouTube keine benachstellung wenn ich streame oder wenn ich ein video hochlade also ich würde mich freuen wenn ihr einfach mal auf Instagram folgt ansonsten sehen wir uns dann morgen so gegen 21 oder 22 Uhr Team of the year ist ja draußen also ich freue mich mit einer geile Zeit Peace ich freue mich bei dir ich freue mich bei dir